Blättert der Verputz Ihrer Hausfassade? Oder hat Ihr Bad eine Renovation nötig? Oder ist vielleicht die Heizung in die Jahre gekommen? Dann ist jetzt der Moment für mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Denn das bringt so einige Vorteile mit sich. Mehr Komfort durch ein angenehmes Raumklima dank weniger Zugluft. Gesenkte Kosten, die Einsparungen beim Energieverbrauch sind bares Geld. Ästhetik, denn eine neue Fassade ist auch optisch ein Gewinn und erhöht den Wert des Gebäudes auf dem Markt. Klimaschutz. Durch weniger Energieverbrauch und den Einsatz von erneuerbaren Energien leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt. Der GEAG, der Gebäudeenergieausweis der Kantone, bietet mit Experten professionelle Beratung. Ein GEAG Plus umfasst einen Bericht mit bis zu drei Modernisierungsvarianten und zeigt, für welche Maßnahmen es Fördergelder und Steuerabzüge gibt. Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen unterstützt Sie bei Ihrem Bauvorhaben. Mehr Informationen unter www.dasgebäudeprogramm.ch